So, da meine sehr geehrten Damen und Herren, andere Perspektive, andere Werbung, ja jetzt geht es ja wieder wochenweise dahin, die Straßenbahn Nummer 69, falls sich der ein oder andere noch erinnern kann, hat ja über Jahre hinweg die Werbung von der oberösterreichischen Versicherung oben gehabt, jetzt ist ja eine Zeit von der Bildfläche verschwunden und seit heute gibt es aber wieder, in gewohntem weiß-rotem Design, aber mit komplett anderem Logo, wieder auf der selben Straßenbahn 69 oben präsentiert uns jetzt die oberösterreichische Versicherung, wieder eine neue Werbung, die neueste momentan aus Linz. So dann, so schaut hier eben das neue Design aus und hier das neue Logo, ja wie gesagt fahre ich heute auf den Linien 1 und 2 herum und auch perfektes Aprilwetter zum Fotografieren, gut, dann würde ich an dieser Stelle schon wieder sagen, Servus und bis zum nächsten Mal. So dann, so geht es um, bis zum nächsten Mal.